Ich grüße dich, Engel. Wie das eben so ist, gucke ich mir jetzt deinen wundervollen, schnucklichen, kleinen Schatz an. So viel Kummer, das ist, als wenn dein kleiner Schatz vor 10 Kilo wiegen müsste, 100 Kilo wiegt. Vor lauter Kummer, vor lauter Schmerz. Er hat es nie gelernt, in keinem Leben, musst du dir vorstellen, seinen Kummer und seinen Schmerz loszulassen. Er frisst alles in sich hinein. Ist eine unglaubliche Mimose. Und auch wenn es nicht darum geht, dass er durch irgendetwas verletzt sein könnte, ist er verletzt, dein kleiner Schatz. Weil er verfolgt ja ein Programm. Und nach diesem Programm wird er immer verletzt. Mag man ihn nicht. Oder frisst er immer alles in sich hinein. Alles an Autoresponder, zertrümmerte Autoresponder, archimedische Spiralen und Algorithmen, die das bei ihm am Laufen halten, dieses Programm mit all dem elektromagnetisch, biochemischen und infonargetischen Gedöns. Und allem, was da noch reinschlägt, an Implants und Explants, die man ihm ins Feld gesetzt hat. Wo er abgelehnt wurde, weil er da ist. Weil er ja Dreck macht. Oder weil er, wie sie nicht, krank ist. Oder Lärm macht. Oder irgendwas durcheinander bringt. All das schlägt damit rein in seinen Kummer. Und all das, zerstören, löschen, hohen krähen, eliminieren, entmachten, kündigen, aufschwenden, abannulieren wir jetzt bitte alles durch. Alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multi-Universen und Zeitzonen und geben zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Von oben nach unten reinigt sich jetzt der Raum, alles geht ins Licht. Er hat auf dem Herzchakra, hier zwischen Hals und Herzchakra, hat er wie eine Entität, eine Besetzung zu sitzen. Die sich so wie so eine Zecke an ihn festgebissen hat, nicht loslassen will, weil der Kummer, den dein kleiner Schatz hat, ernährt dieses Wesen. Und das machen wir jetzt mal ab. Überall Pentakel und diese Pentakel sind auf deinem ganzen Hund verteilt. Dieses Programm, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, fällt jetzt wie so eine ganz schwere Last von ihm ab und fällt in seinen Lava-See. Du spürst, wie du mehr Atmen kannst, wie du mehr Leichtigkeit kriegst und wie auch du dich jetzt dadurch, da das geht, weil du ja so stark mit deinem Schatz verbunden bist, besser fühlst, besser fühlst, gerader fühlst, mehr Raum hast, mehr Atem hast und der Kummer dir nicht mehr auf deinen Magen und deinen Darm schlagen muss. Den du versuchst, kleiner Hinweisengel, für deinen Hund zu verdauen. Also seinen Kummer, verstehst du, versuchst du über deinen Darm zu verdauen, was bei dir Probleme verursacht. Zwinker, 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 da geht jetzt ganz viel raus aus deinem Darm, weil weder er noch du musst es verdauen. So viel Leichtigkeit jetzt bei dir und bei ihm. Eine ganz schwere Last fällt von seinem Rücken runter und poltert auch in seinen Lava-See. Es sind so richtig Wackersteine. Er quietscht richtig innerlich. Halleluja, ist das schön. Sich ausdehnen zu können, Platz zu haben, sich gar nicht mehr mit dem alten Scheibenkleister auseinandersetzen, zu müssen, Engel. Hat auch so ein bisschen Probleme mit dem Hinterbein. Als wenn ein Bein entweder weiter zu weit nach vorne ist oder ein Bein verkürzt. Aber das macht die Eigenart von ihm aus. So wie die rosa-rot ist, weiß oder rosa oder schwarz, hat er diese Eigenart. Und er kann rennen wie ein Wiesel, wenn er denn mal rennt. Ganz viel Last geht jetzt von seinen Hinterbeinen weg und fällt alles auch in seinen Lava-See. Von hinten nach vorne wird er jetzt ausgereinigt, sodass er wieder atmen kann. Eine richtig große Kralle hat ihn am Rücken festgehabt und ist bis nach vorne so in seinen Bauch drinnen gewesen. Und diese Kralle geht jetzt ab. Er richtet sich aus, richtet sich auf und kriegt eine komplett neue Anbindung an seinen Erdenstern und seine Urquelle. Es ist nicht das erste Leben, das ihr beide miteinander verbindet, verbringt, verbringt, euch verbindet. Schon einiges. Das ist auch so, wenn du ihn anguckst in seine Augen, als wenn du in ihm einen Seelenpartner siehst und vermutest. Da ist eine ganz starke seelische Vereinigung, Verbindung zwischen euch beiden. Und weil sein Kummer jetzt gelöscht wird, kann deine Seele als sein Partner auch aufatmen und sich befreien. Weil Seelenpartner kann ja alles sein. Jetzt wirkt er im Positiven so. Ich wiege normal 10 Kilo, aber jetzt wiege ich 100 Kilo. Und diese 100 Kilo sind wunderbar für uns, weil sie ihm Stabilität und Sicherheit geben. Und er sich nicht mehr wie ein Fähnchen im Wind fühlt, dass jeder bei ihm irgendwie was initiieren kann oder ihn belasten kann. Das ist jetzt so wirklich, als wenn du von so einem ganz kleinen süßen Schatz plötzlich so einen riesigen Hund hast, der dir bis zu den Hüftknochen geht. Solche Präsenz und Größe hat er jetzt. Und solchen Frieden. Er hat das Zepter und die Heroldrollen für sein Leben wiedererhalten und wiederbekommen. Alles, was ich aus seinem Feld geholt habe, alles, was ich entfernt habe, alles, was ich gelöscht habe. Zerstören, löschen und umkriegen, eliminieren, das macht den Kündigen auch schön ab, annulieren wir ihn noch einmal. Geben zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. So wahr mir Gott helfe, Kraft meiner Macht, Stärke, Potenzial. Durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnation, Multi-Universen und Zeitzonen. Jetzt kommt Frieden in eure Umgebung, in seinen Wohnbereich. Dadurch, dass er sich wieder ausdehnen kann, ist er entspannter. Und diese Entspanntheit, dieses Ich fühle mich jetzt wie ein großer Beschützer, wie ein Tiger, überträgt sich auf deine Umgebung, sodass sich deine ganze Energie bei dir verändert jetzt, Engel. Du fühlst dich dadurch auch mehr eingebunden, angebunden an dich, dein Umfeld, denn je. Deine Möpsche stellen sich auf, weil ja bei deinem Schnuckel die Muskeln sich aufstellen und er sich wieder präsent fühlt. Und da, sodass du deine weibliche Präsenz durch die Reinigung von ihm auch mehr und mehr spüren und zeigen wirst. Und was das Schöne ist, Engel, du setzt Grenzen jetzt im Außen. So ganz einfach setzt du die Grenzen mit einem Blick, mit einem Wimpernaufschlag. Du kleine, sexy, hexy Dame. Und ihr seid, wenn ihr als Familie unterwegs seid, ein Anblick für Götter. Der letzte Dreck, die letzte negative Energie geht raus aus deinem Feld, aus seinem Feld, aus deinem Wohnbereich. Ruhe kehrt ein, Frieden kehrt ein. Eine ungeahnte Sicherheit und Präsenz nimmt Platz in deinem, in eurem Leben. Die Entenhäutchen gehen auf. Dadurch, da ihr beide Stabilität jetzt habt, traut ihr euch zu, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und ihr könnt damit umgehen, was euch wieder mehr Macht über euer Leben gibt. Ich mache euch noch einen Schutz. Ich mache ihm noch einen Schutz extra rum, eine Sphäre. Jetzt kehrt Ruhe ein. Das ist eine absolute Neutralität und Stille. Bitte gebe ihm jetzt viel glasklares Wasser. Am besten Zimmertemperatur. Weil so kann, dadurch wird sein Gewahrsein gereinigt und gestärkt. Ich bedanke mich bei dir für dein Vertrauen, dass ich deinem kleinen Herzensschatz helfen durfte. Ich wünsche dir und ihm noch einen wunderschönen Tag. Umarm ihn mal bitte von mir. Mach's gut, mein Engel.